Ja, hallo meine Lieben, hier ist schon wieder eure Marion von Marions Kreativland. Ich hoffe, ich werde euch nicht lästig. Ich habe aber gedacht, damit es nicht zu langweilig wird und ein bisschen Abwechslung, habe ich heute mal wieder einen Einkaufshall für euch. Ich war heute in dem 1-Euro-Laden. Ihr wisst ja, 1,10 Euro sind es jetzt. Und nochmal beim Action. Und ja, da habe ich so ein paar Sachen gefunden. Und was ich gefunden habe, das würde ich euch ganz gerne zeigen. Zuerst aber möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr das so toll angenommen habt mit diesen Verkaufsvideos. Finde ich mega, mega toll. Ganz, ganz, ganz lieben Dank dafür von euch. Es ist auch wirklich, wirklich schon viel verkauft. Aber wie gesagt, es kommen ja noch ein paar Videos. Jetzt kommt ein Einkaufshall. Und morgen werde ich dann wieder zwei Verkaufsvideos hochladen. Ich denke mal, morgen mache ich mal Blöcke und Papier. Und ja, bin auch am überlegen, ob ich da Stifte und Embossing-Folder, da habe ich nicht so viele von den Embossing-Foldern. Und Stifte ist ja schnell gezeigt, dass ich das irgendwie zusammenpacke. Und dann werde ich wohl das zweite Video Stempel und zweite Video Stanzen machen. Lasst euch überraschen. Aber jetzt erst mal zu meinem Einkauf. So, ich fange mal mit dem 1 Euro Laden an. Da habe ich heute wieder schönes, buntes für meinen Garten gekauft. Und zwar diese hübschen Schmetterlinge hier. Die sind so. Die flattern hier so schön. Ich habe ja vom Action die. Die leuchten ja. Hier, die kann man abdrehen. Ich hoffe, das hält auch, weil die sind schon relativ los. Ich drehe das mal eben ab. So. Die kann man dann gesondert. Und hier, so sehen die von oben aus. Da ich ja hier nicht drunter komme, zeige ich euch das mal eben so. Da gab es vier verschiedene Farben. Die habe ich mir mitgenommen, weil ich dachte, für 1,10 Euro fand ich die jetzt echt richtig toll und auch richtig groß. Megaschön. So, dann haben wir diese. Na, jetzt hängen die Fühler hier in den. So. Der sieht jetzt von oben so aus. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. So lila Töne. Und dann so ein toller Pink mit Schwarz. Richtig, richtig toll. Und zu guter Letzt noch hier so ein richtig farbiger. Auch megaschön. Schwarzschön. Neutrale Farbe finde ich ja immer ganz toll. Deshalb. Kleine Sträuskes. Das ist schon schön und auch so gemischt. Ich finde das auch schön. Die sind zu und die sind offen. Und die sehen jetzt nicht allzu künstlicher. Die sind jetzt sehr plastikhaft. Aber insgesamt finde ich die trotzdem hübsch. Und dann hatten sie einmal diese tollen Blümchen. So wie die Action Blümchen. Action ist natürlich immer relativ günstiger. Also viel günstiger. Viel. Aber ich fand jetzt diese Orangen schön. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Die glitzern so wunderschön. Hatte der Action ja auch mal. Aber ich fand jetzt die Farbkombis hier so schön. Diese ganz hellrosanen fand ich schön. Und diese Orange. Die passen so zu diesem Blümchen, die der Action jetzt als Sticker hatte. Da habe ich gedacht, das kombiniere ich dann vielleicht irgendwie. Das so als 3D oben drauf. Und da drunter die in der Farbe. Ich glaube, das ist genau so eine Farbe. Die duften auch mit. Dann habe ich einmal für meinen Schwimmpool mir solche Kunststoffpflanzen. Weil ich suche immer nach Schwimmpflanzen. Irgendwas, was in meinem Bottich schwimmen kann. Ich habe so eine große Solarseerose. Die ist aber zu groß. Wenn ich die da reinmache und meinen Springenbrunnen, dann ist die Wanne voll. Finde ich nicht so schön. Ich hätte ganz gerne eigentlich solche kleinen zum Schwimmen. Ich habe jetzt das ganze Internet abgeforscht. Ich finde es einfach nicht. Jetzt habe ich mir ein paar bestellt. Zehn Stück in dieser Größe hier. Geht ja. Wenn man da ein oder zwei von reinmacht, dann geht das schon. Und das ist... Und dann habe ich mir welche gekauft. Die haben aber hier so ein Steckmoos. Und das ist kletschnass geworden. Und das ist jetzt richtig, richtig Kunststoff. Da tue ich mir unten so ein paar schwere Steine rein, dass die quasi im Wasser nur noch rausgucken. Da habe ich mir alle drei Farben mitgenommen für 1,10 Euro. Kann man ja nichts verkehren machen. Wie ich sehe, die sind hier gesteckt. Ich hoffe, ihr seht das. Und vielleicht kann man die dann auch einzeln rauszupfen und sich das vielleicht auch bunt machen. Oder eben, wie gesagt, auf eine Ecke so zusammen. Und dann gab es noch diese tolle Farbe hier. Also, wie gesagt, so finde ich jetzt nicht schlecht für Wasser. Im Wasser, mega. Und da kann man auch nichts falsch machen für 1,10 Euro. Deshalb durften die auch nicht. Ja, dann unspektakulär einmal... Ne, nicht einmal. Viermal diese Kugelnetze. Für unsere Bäume, unsere Fruchtbäume. Obstbäume, Entschuldigung. Ja, weil die sind immer aufgefuttert. Entweder ein Jahr hat uns der Platzregen. Apropos Platzregen hat hier gerade auch... Ich weiß nicht, wie bei euch die Unwetter sind. Also, bei uns hat es richtig, richtig geschüttet. Und dann gehen die... Das Obst ja auch kaputt. Im Moment ist ja noch keins. Und jetzt habe ich mir mal... Dieses Jahr haben wir uns mal hier eingedeckt mit diesen Netzen. Die Farbe finde ich jetzt grauenvoll. Aber... Ja, macht ja nichts. Hätte lieber ein dunkelgrünes gehabt. Aber ich dachte mir jetzt für 1,10 Euro... Und die sind 4 mal 5 Meter. Kann man echt nicht meckern. Deshalb haben wir die mal mitgenommen. So. Dann habe ich mir hier so einen niedlichen Tesa-Abroller genommen. Klebebandabroller. Ich hatte sowas mal in groß. Aber in groß muss ich sagen, ich glaube, da muss man richtig, richtig Geld anlegen. So wie die Verpacker das haben. Denn das hat überhaupt nichts gebraucht. Habe ich dann im Endeffekt weggeworfen. Jetzt fand ich den so niedlich. Von der Optik her auch. Und für Tesa. Und habe ich gedacht, ja, probiere ich mal. Für 1,10 Euro auch. Kann man auch nicht viel falsch machen. So. Und dann habe ich einmal... Ja, da weiß ich noch nicht, ob ich das mache. Da habe ich mir so ein paar Muscheln mitgenommen. Die habe ich mir allerdings erst im Euro-10-Laden mitgenommen. Sehe ich jetzt auch, dass ein paar kaputt sind. Dass hier ein Loch ist. Fehlen wahrscheinlich schon welche. Aber macht ja nichts. 1,10 Euro. Und habe dann, zeige ich euch gleich beim Action, natürlich günstigere gefunden. Und gemischt. Aber die fand ich jetzt auch nicht so schön, weil das eine Sorte ist. Aber wenn man die Männer dabei hat. Nimm. Aber naja. Egal. Dachte ich mir. So viel brauche ich eigentlich nicht. Wie gesagt, schon gar nicht von der gleichen Sorte. Aber gut. So. Die dürfen mit. Und dann nochmal hier so Steinchen. Die sind jetzt in hellgrau. Auch 1,10 Euro. Finde ich mega vom Preis. Die gab es noch in weiß. Ich hätte sie auch lieber in weiß genommen. Aber auch. Mein Mann. Und dann gab es noch so große wie Schiefer. Aber die konnte ich nicht gebrauchen. Die habe ich mir gedacht. Die passen auch irgendwie da, wo ich den Buddha reinmache. Ich weiß nicht. Vielleicht hole ich mir noch weiße Steine. Ich weiß es noch nicht genau. Also das durfte auch mit. Also das sind die Sachen, die ich mir in dem Euroshop mitgenommen habe. Das räume ich jetzt mal eben weg. So. Das auch. Super. Und jetzt kommen wir zum Action. Und zwar habe ich da. Ich mache das jetzt so aus der Tasche raus. Weil ich das jetzt auch nicht sortiert habe. Aber auch kein Platz. Wie immer. Ich habe mir nochmal drei von diesen mit den Fransen. Die waren ja. Habe ich euch ja beim vorvorletzten Video schon. Dass ich die nochmal haben wollte. Die waren immer ohne diese Fransen. Ich finde die mit den Fransen aber sehr schön. Für 99 Cent habe ich mir nochmal drei Stück mitgenommen. Dann ja unspektakulären Schrubber. Da habe ich schon abgemacht. Weil ich den eigentlich schon mal gerade vorhin benutzen wollte. Weil ich den brauchte. Habe dann aber festgestellt. Ich muss dann doch mal nächste Woche nochmal zum Action. Oh, wie schade. Weil ich habe bestimmt zu Hause fünf verschiedene Stile. Und nicht einer packt da richtig rein. Ja. Da werde ich wohl. Werde mir nichts anderes übrig bleiben. als vom Action den Stil zu holen. Der dann dann reinpasst. Schauen wir mal. Ne? Ob das passt. Naja. So. Der durfte auch mit. Dann habe ich endlich meine Stanze. Ich glaube da habe ich davon erzählt. Die Stanze. Die hatte ich mal. Dann habe ich es aber glaube ich wieder abgegeben. Und jetzt hatte ich so, so, so viel Ideen gesehen. Mit überall kommen dann Blätter so irgendwie reingesteckt. Und dann habe ich gedacht. Wo ist die Blätterstange? Hatte ich nicht mehr. Heute Gott sei Dank. Bei dem Action habe ich sie bekommen. Dann habe ich endlich auch meinen Gelkleber. Da habe ich gehört. Der soll vom Teddy super sein. Beim Teddy war ich jetzt auch schon zweimal. Und habe keinen gefunden. Das ist Sekundenkleber. Aber als Gel. Soll wohl nicht so tropfen. Nicht schmieren. Ich habe keine Ahnung. Vom Action weiß ich es auch nicht. Hat jetzt aber auch nur 55 Cent gekostet. Deshalb habe ich gedacht. Nämlich mit war. Aber auch das letzte Paket. Ja die hat gekostet. 2,45 Euro. Und dann habe ich Masken. Ich mache jetzt einfach so weiter. Sorry wenn es ein bisschen durcheinander ist. Ne ich fange mal mit. Ich mache mit den Stiften weiter. Die habe ich hier gerade in der Ecke in der Tasche. Die habe ich mir heute mal geholt. Und weil ich gesehen habe. Weil ich gesehen habe. Dass die wohl doch sehr toll sein sollen. Das sind ja die Stifte. Die man so ineinander halten soll. Die sich dann irgendwie vermischen. Ich bin da mir echt gar nicht sicher. Ob das so funktioniert. Wie ich das gerne hätte. Also hier soll man so zusammenhalten. Und dann sollen die Farben sich vermischen. Ich werde das auch noch testen. Schau mal ob ich das gleich noch schaffe. Ansonsten im nächsten. Das will ich unbedingt wissen. Weil wenn dem nicht so ist. Dann möchte ich die auch nicht haben. Die Farben fand ich richtig richtig toll. Deshalb werde ich die auch ausprobieren. Dann muss ich sie zur Not behalten. Kann aber immerhin noch die vier wieder zurückgeben. Wenn das nicht so ist. Wie sie das hier versprechen. Also wie gesagt. Ich schaue gleich mal. Ob ich das noch schaffe zu testen. Da kostet das Paket 2,16 Euro. Das war aber wirklich jetzt. Jetzt mache ich einfach da vorne weiter. Jetzt habe ich mir einmal. Die hatte ich letztens auch schon drauf. Das sind Augenmasken. Warm und Relaxing. 20 Minuten. Da habe ich eigentlich überlegt. Nehme ich die jetzt wirklich mit? Liege ich 20 Minuten da? Habe ich gedacht. Ja doch. Wenn mein Mann mal nicht zu Hause ist. Oder ich gehe in die Wanne. Dann mache ich mir die drauf. Mal schauen. Das sind zwei Stück. Haben gekostet 99 Cent. Dann habe ich diese tollen Peel-Off-Masken. Ihr wisst ja. Ich kaufe ja auch immer die Masken. und bastel dafür Verpackungen. Und nehme das schon mal mit. Für meine Freundinnen oder so. Und diesmal hatten sie so Peel-Off-Masken. Fand ich sehr schön. Kirsch. Haben wir hier. Kuckuck. Kuckuck. Ja. Sieht aus wie eine Kiwi. Dann hier Passionsfrucht. Und Ananas. Ja. Fand ich schön. Gibt ja auch so Papier vom Action damals. Kann man doch wieder was Tolles basteln. Und Peel-Off. Finde ich auch immer ganz 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 toll. Doch deshalb durften die auch mit. Und dann habe ich heute endlich mal diese Blöcke hier bekommen. Die hatten ja bei mir immer nur diesen Vanilleton und Weiß. Brauchte ich nicht. Diese Farben wollte ich gerne haben. Da habe ich mir dann direkt auch zwei mitgenommen. Heute war das Regal auch damit voll. Da sind ja hier diese tollen Grün. Und dann Grau. Ja Grau hatten wir auch jetzt in den. Aber das ist ja hier mit Leinenstruktur. Dann diese. Und nochmal in Schwarz. Habe ich endlich bekommen. Wir durften zweimal mit. Dann habe ich mir hier diese Mappe mitgenommen. Da weiß ich noch nicht genau. Das sind 20 Blatt. Also 20 Pockets. Aber so zusammen. Da ist jetzt kein Ringbuch oder so. Und muss ich mal schauen, was ich da Schönes reinmachen kann. Habe ich gedacht, nehme ich mal mit. Erstmal nur eins. Und dann kann man an der Seite dann auch sehen, was man drin hat. Falls ich das für irgendwas brauche, was ich viel habe, dann hole ich mir davon noch welche. Das hat gekostet, ich meine, 1,37 Euro. Ich glaube ja, irgendwie sowas. Die Blöcke haben gekostet 1,59 Euro. Die mit der Textur. So, dann hatten sie heute im Angebot dieses tolle Teil hier. Kennt sicherlich jeder. Hat mein Mann sich letztens in Groß gekauft. Beim Aldi oder Lidl. Brauchte ich eigentlich nicht. Jetzt habe ich es mir aber mitgenommen. Kostet 3,99 Euro. Weil die hatten so tolle Bänder dazu. Das muss ich mal eben hier unten runter. 2 und Nummer 3. Die fand ich so schön, die Bänder. Und zwar sind die so tolle Farben hier. Und da habe ich gedacht, das kann man doch bestimmt auch super benutzen für irgendwie auf eine Karte. Hatte ich jetzt so, habe ich jetzt so im Kopf gehabt, wie ich diese Streifen hier gesehen habe. Die haben jeweils 99 Cent gekostet. Da habe ich dann noch diese Farben mitgenommen. Und so. Dann hatten sie noch gelb mit grün. Aber, ne, ist nicht so meine Farbe. Also die finde ich sowieso mega. Ich bin sowieso für dieses pastellige. Ja, da habe ich gedacht, das sieht doch richtig toll aus. Muss ich auf jeden Fall probieren. Das zeige ich euch dann auch. Wie die so druckt. Und ob man das wirklich benutzen kann, so auf eine Karte. Finde ich mega schön. Deshalb habe ich die einfach mal mitgenommen. So, manchmal lockt das ja, wenn es dann da steht. So, jetzt kommen wir zu den tollen Muscheln vom Action. Die haben gekostet 99 Cent. Und da finde ich die. Hier sehe ich zwar auch ein Loch, aber die kommt ja eh andersrum. Aber das sind doch richtig tolle Muscheln. Und hier sind schon mal passiert zwei verschiedene Modelle drin. Finde ich mega schön. Richtig groß, richtig schwer. Da habe ich mich da ein bisschen geärgert. Aber gut. Hier haben wir auch die Herzmuscheln. Dann nochmal in klein. Dann hier diese Wendeltreppen. Richtig toll. Hier ist alles gemischt. Da sind auch die, die ich da vom Euro 10 geladen habe. Und richtig, richtig schwer. Die sind richtig leicht. Aber gut. Egal. So was tauscht man da nicht um. Also die beiden Tüten duften auch mit. Dann habe ich für meine... Ich habe ja diese bunten Kissen unten bei mir auf der Terrasse. Für draußen. Wisst ihr ja. Und mir eine Tischdecke aber neutral gekauft. In Grau. Weil die Möbel grau sind. Und da fand ich jetzt diese Anhänger für Tischdeckenbeschwerer. Kennt ja jeder. Habe ich auch. Irgendwo habe ich welche. Ich habe auch für Ostern welche. Da hängen Häschen dran. Aber die fand ich jetzt schön. Die Flamingos. Finde ich zwar schade, dass jetzt nur zwei Flamingos sind. Aber gut. Zwei Blätter dazwischen. Man hätte sich ja zwei Pakete kaufen können. Aber ansonsten finde ich die natürlich schön. Fand ich mega schön. Genauso wie die Papageien hier. Die passen auch zu den Kissen. Hier. So habe ich ja ungefähr die Kissen. Und da bin ich aber überlegen, ob ich die wirklich an die Tischdecke hänge. Oder ich habe ja dieses, wo ich immer noch nicht weiß, wo ich es hinmache. Diese Stange. Wenn ich die nach draußen mache, dann werde ich da eine Lampe, eine Lichterkette. Und vielleicht hänge ich mir dann die da dran. Ich weiß es noch nicht. Ich fand die auf jeden Fall mega süß. Deshalb habe ich mir die mitgenommen. So. Und dann habe ich zu Kateria noch. Ach ja. Jetzt habe ich euch ja erzählt. Ich hatte ja diese kleinen Zwerge mir gekauft. Die da alle. Und letztens habe ich ja nur drei bekommen. Da fehlte mir der blaue. Und Tatsache heute, beim Action, gab es nur diesen einen blauen. Ja. Die Schmetterlinge leider immer noch nicht wieder. Ja. Und dann habe ich mir einfach mal das hier mitgenommen. Ach so. Die kosten ja 99 Cent. Das wisst ihr ja. Ach hier habe ich vergessen. Die kosten 1,99 Euro. Äh. Ah. Hier. 2,59 Euro. Ja. Ich war gerade da. Deshalb weiß ich die Preise noch. Den Kassenbon habe ich dann immer unten. Da habe ich dann keine Lust nochmal runter zu gehen. Aber jetzt wusste ich es. Und hier habe ich mir mal so neutral. Ja. Pink. Ich mag ja pink und rosa. Was mir hier gut gefällt, ist, dass das hier so Gummi hat. Gummi. Einfach Gummi. Gar nichts zu machen. So wie die normalen Armbänder. Und manchmal sind die so groß, dass man die als Fußkettchen benutzen kann. Und das finde ich natürlich mega. Da habe ich jetzt so eine neutrale Farbe. Ich hatte noch eine ganz, ganz bunte im Wagen. Die habe ich dann aber wieder zurückgetan. Weil ich dachte, da muss ich wieder passende Klamotten zu haben. Hier ist das schon ein bisschen neutraler. Und rosa und pink habe ich eh genug. Ach, hier habe ich mal mitgenommen. 1,99 Euro. Schauen wir mal, wie die so sind. Ja, dann gab es nur noch hier so eine Bodycreme Kokos noch. Da dachte ich mir, ich probiere mal. Ich rieche mal die Riechen. Ah ja. Riecht wirklich, wirklich schon durch dieses Alu. Riecht das schon mega lecker. Und nochmal, also gar nichts Tolles, diese Pinsel. Also da ist mein Mann immer so begeistert. Und die wäscht man nicht hundertmal aus. Das ist auch, finde ich, auch nicht ökologisch. Auch nicht wegwerfen, ich weiß. Aber da so viel Wasserverbrauch. Also dann besorgen wir lieber wieder mal ein paar neue. Ja, meine Lieben, das war mein Einkaufsroll. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich über einen Daumen hoch. Liebe, nette Kommentare. Ihr wisst, ich versuche immer, jedes Kommentar zu beantworten. Auch wenn es keine Frage ist. Ja, wie gesagt. Und morgen werde ich dann wieder auf jeden Fall zwei Verkaufsvideos hochladen. Also Plan ist, wie gesagt, Blöcke und Papier. Und vielleicht eine Mischung aus Embossing Folder, Stiften. Ja, und wie gesagt, die Stifte hier werde ich auf definitiv ausprobieren. Wenn ich euch da einen kleinen Schwank vorher zeige davon. Und was war noch? Was wollte ich noch? Ach ja, und dieses Teil hier. Das probiere ich auch. Da mache ich irgendeinen Spruch. Und dann schauen wir mal, ob man sowas auf eine Karte machen kann. So, meine Lieben, jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Tschüssi. Eure Marion von Mariens Kreditland. Eure Marion von Mariens Kreditland.